Jungen lieben TupiShop und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit dem lieben Meister Gamer Ach die Runde ist schon wieder nicht voll, ja halt Und wir spielen heute mit dem wundervollen, warte mal wo ist es hier, probieren gleich was cooles aus Und das zeige ich euch dann später, ok? Wir sehen das in der Runde Nein, das scoren ich nicht Wir machen den Vierer, let's go Alter Nein, was hast du getan? Das T-T-Shirt weg Ich hab's überlegt, überlegt So, das ist der 6-Fach-10T-Boost mit zweier Zusatz plus vier Millimeter Quadrat plus Ach halt, die Fresse, ganz ehrlich LOL Passt auf Leute, wenn ihr das macht, dann könnt ihr zack, bums, bla Roll all in my train, roll all in my way Dann könnt ihr euch hier so rüberjumpen und dann, das gibt ihr so nen Boost so, deswegen will ich auch den TNT machen Nur die Frage ist halt, wen juckt 24er TNT-Boost machen mit Slime-Challenge Ja, man Oh Ja Oh nein Nein, ich hab gefällt Lass weg Ich hab kein Bock Oh Alter Remis Geht drauf Nein Nein Leute, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt ein Like da lasst, ja dann schafft, blödem ist diese Challenge Ne So, zack Und zack Ich schaue mir mein Equipment an, also ich will jetzt nicht so, also angeben, dass das da Ja! 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 Nooo! Nein, geh weg Nein! Nein! Oh mein Gott, aber geh, geh, als ob du den geschafft hast. Komm bitte, 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 bitte. Komm Remiss, schaust du. Ja! 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 Diesmal wirst du wieder verkacken, Remiss. Geh mal weg, du. Ja! Ich bin hier ein Pro. Komm noch her, komm noch, komm noch, komm noch. Hä, 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 hä? Oh, zack! Oh, Alter! Nein, du bist so ein Opfer. Schau, wie er mich runterhaut. Mit so nem Ei. P ist gesund und macht die Eier rund. Dafür steh ich mit meinem Namen. Leute, wir machen jetzt mal nen dicken, nen richtig dicken Oschi. Mach. Warte, ich komm kurz zu dir. Mit dir kooperieren kann. Doch, du kannst mit dem Kooperieren. Du kannst mit dem Wasser abdrehen und du fliegst runter. Geh weg. Mann, geh weg von mir. Ey, so eine Scheiße. So, perfekt. Oh, du hast es gut gemacht, du hast es gut gemacht. Ja, ich bin Pro. 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 Ja, na was? Wir sind wieder nur zu zweit. Egal, nee, du schneidest das schon zusammen. Ich glaube an dich. Das Video. Leute, wenn ihr ein 10 Minuten Video wollt, stimmt es jetzt rechts oben ab. Und lass ein Like da bei 50 Likes. Und wenn Senpai sich dann hoch baut. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Ey! Ah! Das hörst du auch von dem Video. Wie hat die Schnauze? Warte, 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 warte. Mach deine Begrüßung. Deine Verabschiedung meinte ich. In. Mach sie. In. ASMR! Das soll es dann auch von dem Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeig es mir mit einer Bewertung. Schau bei Me Meistern immer vorbei. Hier findet ihr die anderen Videos. Link zu ihm in der Beschreibung. Haut rein. Machs gut. Und genieß die Musik, die ich jetzt gleich einfüge. Nein, genieß sie nicht. Bitte geht euch einfach fritzen. Ich machs. Tschüss.